Das ist krass. Das ist so krass. Was die Hörstel sind... Was die Hörstel sind... ... aber die Strecke ist die Hörstel. Das ist so krass. Was die Hörstel sind... ... die Hörstel sind. Kommt die Hörstel aus der Wierpunktstein? Die Hörstel sind vor der Wierpunktstein. Ich hege den Prenzeln vor. Weil man so gerade am Ort schaue... ... es ist halt immer ein Problem... ...개 hat sich den Prenzeln vor. Dann geht's an einem richtig... ... dass die Hörstel ist... ... die Hörstel sind da. 皮shock, paar Serien... ... Administrative, dass die Hörstel... ... dann ist das Schuss... ... die Hörstel haben... ... die Hörstel sind... ... die Hörstel ist direkt zu Böde... ... aber an der Hörstel... Ich habe schon mal eine ganze Mauer im Bett. Witzel im Bett, ja, so richtig im Karten. Was ist das so? Das ist richtig kein Softer. Ich kriege es. Das Konzert wäre eigentlich schon 2020 gewesen. Und dann hat mit Freunden das ausgemacht. Dann haben wir die 20 Karten studiert. Wenn ja nicht, wo es nicht mitkommt. Dann stand ich und die Jumy Konzert am Freitag. Und die Konzert war bei ihr. Sie war voll verraten vom Vortrag. Ich habe nichts gefunden. Ja, das ist ein Jumy Konzert. Dann habe ich 3-4 schon vorher getrunken bei ihr. Dann haben wir direkt los, wie gut, als ich beim Dings war. Dann noch wieder das Konzert zurückgetrunken. Das war schon bei einem Konzert. Dann habe ich noch einen hier nach Paris. Das ist ein bisschen anders. Dann steht da unten noch eins im Wohnstuhl. Für die Vortrag. Dann hat man noch etwas auf dem Schlaf. Das ist immer der, der alles auf Freitag. Ja, das ist der letzte Gemeinschaft. Die heute noch einmal runter. Die Vortrag wird dann noch nicht so morgen. Was wird zuerst noch? Ich bin zum ersten Mal wieder so 7 Uhr morgen. in der Karlsruhe. Vielen Dank.